Autsch das sieht nicht gut aus. Okay, ich kann ihm ein bisschen Mana heilen, kann mich gleich heilen. Ich habe wahrscheinlich ihn gleich heilen müssen. Der rennt natürlich wieder voll rein, das war jetzt irgendwie so klar, dass der da rein rennt. So, jetzt habe ich den wieder gekillt. Ja, ist eigentlich assi, dass ich hier als Supporter die Kills mache, aber bleibt ja momentan gar nichts anderes übrig. Ja, auch das habe ich nicht hinbekommen. Da kam der 4-6 zu spät. Eigentlich habe ich als Supporter die meisten Kills. Unvergleich zu dem sogar noch die wenigsten Tote. Nur der Mundu ist momentan besser. Das ist nicht gut, möchte man jetzt sagen. Fähigkeitsstärke plus 30 meiner Generation, Fähigkeitsstärke, das ist da sehr schön. Kaufe ich mir das und dann wird das alles besser. So, ich habe 130 Fähigkeitsstärke, ich glaube ich ganz gut, dass ich aggressiver Supporter werde, weil der Supporter kriegt nicht so viel auf die Reihe. Ja, habt ihr Wünsche, was ihr jetzt mal sehen wollt? Ich weiß, es ist immer so ein bisschen schwer, so ein Spiel, wo du die ganze Zeit eigentlich am rumwerken bist. Ich gehe glaube ich besser mal hier hoch, das ist besser. Ich weiß, es ist ein bisschen schwer, so ein Spiel zu kommentieren, aber... Oh 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 oh. Funktioniert das? Nein, das funktioniert nicht. Oh mein Gott. Gestern kann ich nichts machen, gar nichts. Da hat er eingekillt, okay, das ist recht gut, aber bringt mich immer noch nicht weiter. So. Kommt viele. Jetzt kommt noch Diana oder ich glaube, die heißt Diana, ich weiß nicht genau. Ich glaube, sie heißt Diana. Okay, das ist ein bisschen Leben geben, oh, sehr gut, er ist sowieso gerade fast da, mich abdrecken. So, mein Leben noch ein bisschen erhöhen, es kostet 160. So, wir haben hier Mana geben, Mana, Mana, der will Mana, der will Mana, so Mana, sehr nice. Mana kann nicht vergeben ohne Ende, aber sonst habe ich nicht viel. Also gar nichts eigentlich. So viel hat er gerade Mana verbraucht, der verbraucht hat er Mana, um sein Leben zu regenerieren. Ist eigentlich recht nice, dann brauche ich viele, ich glaube, ihr Mana geben. Ohohohoho. Renn, renn, renn doch. Stell ich mich extra rein, damit er rennen kann und er rennt nicht. Oh mein Gott. der pokal aber auch die gegner alles klar so haben wir jetzt das morelo nominikon maja schaden am gegnerischen champion wird weniger als 20 leben für zu vier sekunden lang bleiben klaffende wunden klaffende wunden bringen die erhaltene heilung und regeneration um 50 prozent was so schade ich habe das gute wenn wir was abziehen und stilte beweglichkeit kauf uns auch gleich da haben wir das geld noch dafür jetzt immer gleich ein bisschen schneller 440 ist ganz schön schnell eigentlich ja das ist ganz nice was habe ich da jetzt hier 25 erhöht sich auf 105 alle fünf sekunden wenn ich nicht im kampf bin alles klar also kann es da richtig heftig was dazukommen ist glaube ich jetzt maximal wer hat ja die 440 das funktioniert nicht wenn ich das jetzt noch gegangen doch funktioniert das ist geil okay ich kann ja so offen bei der weg machen komm schon probiere das jetzt einfach mal gut das hat nicht geklappt gut ja das war jetzt dass der trash da ankommt das waren ziemlich dummer tot von mir es tut mir leid ich habe gedacht ich krieg den noch aber das war jetzt wohl nicht so verzauberte stiefel einfach noch 15 prozent lauftempo na klar bei 450 das ist doch mal lauftempo meine freunde das ist lauftempo habe ich auch kaffee ja also die so raka ist jetzt einer ein sehr einfacher champ und ich habe ich jetzt eigentlich ich habe drei end items die so raka an sich ein ziemlich einfacher champ ich habe auch mal versucht mit und tatsächlich aber mit garen mal zu spielen das habe ich sofort abgebrochen als das war die härte manche champs sind einfach nicht zu mich so gehen wir auf die dame hier haut doch drauf so dass niemand so machbar das halt noch 19 sekunden durch mein gott hat noch 19 sekunden durch wo schaffe ich das ich habe die liege kühlt ist das hier aber ja achten scheiße na das ist ja mal easy gelaufen ist sehr schön ja gut das heißt ihr sie unser ganzes team ist kaputt gegangen aber dass ich dennoch gekült hat es wenigstens ganz gut sooo sooo oh 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 uncool das war's komm schon oh ich hab's überlebt alter wie er stirbt da kann ich nicht rein rein ich versuche jetzt einmal den turm zu verteidigen aber ich glaube da kommt der sinn das wird nichts ein bisschen kann ich noch hier bleiben und gucken ob was wird aber ich glaube wenn der jetzt die ankommt dann muss ich weg gehen ich kriege unterstützung das ist ok okay sehr soo sehr nice komm schon na ja so viel dazu da hinten ist der mundo und du brauch kein mann und da moment bleibt ja ich muss dich heilen meine pflicht wieso braucht keiner mit dem mana? mana! ich will euch mana geben na jetzt brauchen wir mana aber sooo jetzt machen wir das ding hier kaputt oh 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 das wird jetzt ich hätte gerne jetzt meine ulti die haben wir jetzt wirklich sehr lieb hohohoho 29 sekunden bis zu meiner ulti ich glaub die kostet auch kein mana gell? doch 100 mana kostet die ok wuuu ok ich bin nicht wundern dass ich gerade die ulti aufhebe äh das mana aufhebe ich will die ulti gleich nutzen soo wunderschön gut das hat nicht so gut geklappt bitte geh weg da nein das nein 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 das mundo afk ne wollte schon sagen 1,8 habe ich jetzt ähm dann hole ich mir mal abklingzeitverringerung ist cool äh und dann als letztes natürlich noch den schinken hier so wunderschön aber nicht dass wann man jetzt mache habe ich dann 1,2,3,4 5 end items da fehlt mir ein end item mhm ok da werde ich wahrscheinlich irgendwas mit einer fähigkeitsstärke noch nehmen vielleicht sowas wie rabadon zauber oder so rabadon zauber rabadon zauber rabadon zauber soo dann fangen wir mal an hier los bam komm go 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 und weiter 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 hallo hallo ich kann mich nicht bewegen hallo was war das denn jetzt oh es lackt alles klar äh wir sehen uns gleich wieder ja es lag gerade bei allen so wie es aussieht ok jetzt geht es halbwegs wieder äh da ist wahrscheinlich wieder gerade der server am abkacken wie halt immer oh mein gott das ist echt momentan das hier hatte ich kann ich kann so nicht aufnehmen ihr seht gerade versuchen überwindung wieder herzustellen da ist wieder das versuchen wieder tausend leute gleichzeitig auf den server zu kommen und die eu kriegt im euw kriegt es wieder nicht hin äh ist das schön so dann sind wir wieder äh ich hoffe es geht jetzt wieder das war echt die härte wir sind gerade mindestens alle viermal rausgegangen oder so wir sind gerade alle mindestens viermal rausgegangen bevor irgendwie was zustande kam hier das geht uns hier wirklich jeder ist gerade rein und raus das war absolut krass gerade wir sind nur noch gelackt ich sehe gerade wir haben einen baron gemacht ich glaube nicht wie sie das geschafft haben aber okay gut ich habe jetzt noch schneller den triss qualen geholt bevor ich losgelegt habe und ich hoffe das war es jetzt mit dem display so ein Mist ey jetzt kann man kann es auch keiner erzählen der gegnerische inhibitor wird bald wieder aufgebaut so jetzt hier erstmal die leute verfolgen na kommt ihr mit oder was soll das hier werden leute ach die gehen auf den inhibitor drauf oder ist down gut wir haben die den verfolgen ich bin mir gerade unsicher wo ich hin soll ich glaube ich gehe daheim das sieht mir ganz intelligent aus oder in das ist was 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 Ich hab das, ne ich hab nicht gebrochen, ich dachte ich treffe So, dann halt nicht, so ok, jetzt geht's aber hier weiter mit dem, was ich irgendwer brauch, hier genau, so, ja genau das Und holen wir uns hier mal noch den Trash Und heilen noch den hier kurz auf So, uh, da hab ich den falschen geheilt So, den noch kurz hier Und komm schon, los, nein, nein, ach verdammt Mist, wir sind ja noch mal ganz kurz rausgegangen, hätte ich sie bekommen, ey, das wäre jetzt so schön gewesen Äh, GG, GG, GG Okay, ich hab noch 1000, ich habe alle Items, die ich mir holen wollte Mir fehlt noch eins, ich hab 2,4k, ich würde aber gerne noch ein bisschen auf Attack gehen Leben, Rüstung, dann gehen wir einfach mal auf Rabat und Zauber würde ich mir gerne holen, das ist cool Dann mach ich noch 120 und erhöht meine Fähigkeitsstärke nochmal um 30% Äh, Fähigkeitsstärke, hab ich hier auch irgendwelche Aktiveffekte Nö, keine Aktiveffekte, doch, hier aktiv Okay, die 1, mal gucken, ob ich das nicht vergesse jetzt Halleluja So, da brauchen wir jetzt mal gucken, dass wir das Ding hier reißen Wird der wohl möglich sein Wird der wohl möglich sein Wo werde ich getraut? Oh, oh, der Kartus, oh, oh, der Kartus, oh, oh, der Kartus So, das ganze Team ist mal geheilt Dann gehen wir nochmal bis davon drauf Dann gehen wir nochmal bis davon drauf Machen wir hier mal die Viecherblatt So, weiter geht Jetzt hier der noch ein bisschen Mahler, damit er sich heilen kann Und das war's, jetzt haben wir gewonnen Ja, das war's mit viel Lachs zwischendrinne Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen Wenn ihr wieder einen Jams sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag Was auch immer es ist, heute ist Sonntag, also tschüss, schönen Sonntag Bis zum nächsten Mal